Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet. Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt und wie ich das mach, das will ich Ihnen jetzt erklären. Unsere Liebe war beinahe schon vergangen, da schlitzte ich die Kehle der Kat rein. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte und wegen ein bisschen Schlitzen wird sie nicht böse sein. Unsere Liebe hatte kaum noch angefangen, da nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Das war kein Aspirin, das war Strichnien, aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Donau, gleich nach Dürrenstein, niemand hat's gesehen. Und auch sie wird mir verzeihen, denn grad bei Dürrenstein ist die Donau doch so wunderschön. Wieder, wo, wieder, wo, wieder, wen lang? Also was kann eine Frau da noch verlangen? Nach dem Tod hab ich sie stets noch mehr verehrt. Kann der Tod auch etwas schnell, das ist nur originell. Bis jetzt hat sich noch keine beschwert. Lola mit den Engelsminen legt dich auf die D-Zugschienen. Lili, Lene und Marianne starben in der Badewanne. Liesel schloss den Lebenswandel durch ein großes Ziegelstampl. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Wieder, 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 wen lang? Unsere Liebe war kaum älter als zwei Stunden. Da stieg ich auf den Turm mit Rosemarie. Bei Wonn hab ich vergessen, den Gashahn abzudrehen. Und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Wieder, 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 wen lang? Nur die Sonja wollte mich versichern lassen, also das ärgerte mich sehr. Das hat mich so verdrossen, ich hab sie schneller schossen und heute lieb ich sie nicht mehr. Aber Anneliese hätte die Krankheit überwunden, leider trank sie die falsche Arznei. Frieda hatte sattes Leben, wollte selbst den Tod sich geben, selbstverständlich half ich ihr dabei. Aber heute hab ich eine Frau gefunden, ganz bestimmt die schönste Frau. Und jetzt darf ich's nicht verpassen, mir das Messerschleifen's lassen, dann muss ich die Pistolen vom Pistolenputzer holen. Eine Sense muss ich borgen, Arsen kommt erst morgen, ein kleines Tomahackerl, vielleicht brauch ich ein Sackerlauch, ein Besen hätt ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum, das hab ich schon bestellt. A wiederum, 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 dann gut, schöne Frauen kosten sehr viel Geld.